Ich wollte euch mein Haus zeigen, was ich aus Holz gebaut habe. Hier ist ein Energieding. Keine Ahnung. Hier ist mein Garten. So Karotten, Melonen, Kürbis, Möhren und so weiter. Hier mache ich immer Holz, Pflanze und baue ab. Muss ich mal wieder abbauen. Hier ist mein Haus. Da gehe ich jetzt mal rein. Dann zeige ich euch alles. Hier ist auch noch ein Kleinergarten im Haus. Ja, sieht man auch die Melonen jetzt. Wie viel ist es? Auch fit. Hier ist meine Toilette, Badewanne. Hier wasche ich meine Hände. Hier ist Wohnzimmer. Hier ist Holz, was ich benutze immer. Jetzt lege ich Holz mal zu. So, jetzt Pflanze für die nächsten Stunden. Hier ist Ofen, Kamin. Ja, hier ist Kamin. Habe ich mal so gebaut. Ach ja, und da zeige ich euch auch noch mein Bett. Das habe ich da oben stehen. Habe ich mal so gebaut. Da sind auch noch Truppen. Ja, da ist nichts drin. Da ist auch nichts. Ja doch, da ist Äpfel drin. Da gehe ich jetzt mal schlafen. Da fühle ich mich wie ein König. Ja, das war es dann so. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.